Okay, da ist noch eins. Haare? Waren die auf dem Opfer oder warum? Florence war ja die Hebamme. Das erfahren wir jetzt. Okay, also die Mutter wusste nicht, dass sie Zwillinge bekommt und... Also waren sie jetzt Zwillinge oder hatte sie... Ich glaube immer noch so Hype, dass sie eine gespaltene Persönlichkeit ist. Flores war ein warm, kinder Person. Aber sie war broken, ich glaube. Und wenn ich sie fand, habe ich eine Biscuit Tim gefunden. Mit anderen Sachen in es. Older Papers. Letters. Das kind of Ding. Die Geschichte. 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 In der documents von integr fleidel macht Veil. Mad 2012. Sie sind immer bone reinger. Sie sich plötzlich auswacht. Aber, ich glaube, es war anders. Sie waren für Leben, aber sie fühlten sich nicht mehr. Ich glaube, es war schwer. Eine Wurrede. Eine der deaden. Ich weiß nicht, ob es mehr ist als das. Ich weiß nicht mehr. Hm. Nein. Es war nur mich und sie. Es war die Name sie der erste Kind. Sie haben darüber gesprochen und versucht, wenn sie zurückkommen. Florence hat eine Geschichte von ersten Frauen, so sie waren überzeugt es war eine Frau. Es ist schwer zu wissen, ob das alles ist. Es ist eine Geschichte, die ich erinnere, die ich als Kind war. Vielleicht habe ich mich nicht gelesen. Vielleicht habe ich mich nicht gelesen. Vielleicht habe ich mich nicht gelesen. Es ist manchmal schwer zu wissen, was letzte Woche passiert. Oh ja. Oh ja. So, dann haben wir Literatur. Neu. Da haben wir aber nichts Neues. Und ich muss mir das aber abkreuzen. Sonst verliere ich wirklich SB. Warum habe ich dann SB aufgeschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Aber es hatte sicher einen Grund. Gibt's aber nicht. Ich kann euch auch nicht mal sagen, warum ich das aufgeschrieben habe. Smith. Irgendwer hieß... Ach ja, sie hieß Smith, ne? Genau. Hannah Smith. So hing das zusammen. Ich sollte mich nicht immer so vom Mikro wegdrehen, wenn ich hier das abkreuze. Dann habt ihr halt ein bisschen Papiergerasche hier drin. Mary. Ups. Siehst du, dann vertippe ich mich direkt. Okay. So, Mary, haben wir nix. Punish. Hätten wir da noch. Nope. Kein Punish. So weich. Drive... Ich hab hier echt zu wenig Platz. Drive a slice... Ich kann nicht. Nope. I hope. Secret. Yeah. Da haben wir doch noch was. Ich habe hoover, ich dust, every week. Maybe less. Ich habe mal gefragt, Elena, wie oft ich sollte, und sie hat gesagt, wenn die Leute fragen, dann sagen sie, Sie sagen, Sie sagen, Sie sagen, Sie machen es einmal. Aber jeden paar Wochen ist es okay. Ich denke, sie war nur zu machen, ich fühle mich besser. Wenn ich da war, sie war hoovering jeden Tag. Und sie war in einer Audit-Haus. Sie wissen, wie das Generation ist, putting auf eine brave front. Sie hat secret stashes of cigarettes. Dug doesn't even know she smokes. Wenn ich da war, ich sah sie. Sie hat diese Porcelain vases, ornamental, next to the reader's digest books, cigarettes inside. Und sie still has them. Ich meine, last time I was there, I looked in a vase, there was a fresh pack. I mean, all those years of marriage, and she still has a secret like that. Clever. Die Frage ist noch mehr. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd love from a book. The Not-Code. Something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiated pipes or the attic floor. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Das hat sie doch. Okay, aber genauso hat sie gekloppt, als sie so seltsam auf dem Tisch drauf lag. Cat? Da ist noch was Neues. We loved our cat. Domino. He had this little bell around his neck to stop him from killing birds in the garden. We used to write each other notes and put them in the bell, and we could send them to each other. Mum found some of the notes once, and she thought I was just writing to myself, because our handwriting was identical. Okay, sie haben sich geheime Nachrichten geschrieben über die Katze, find ich irgendwie, irgendwie sehr lustig. Wo machen wir denn weiter? Dance. Da haben wir nix. Das war irgendwie ereignislos. Da haben wir nix. Das war mein Geburtstag, so wie du sagst. Wir waren ein Essen am Hause. Wir hatten unser Essen. Er gab mir das Besuch. Ich glaube, ich habe das Besuch nicht gefallen. Ich glaube. Weißt du nicht, ob du es mochtest oder nicht? Ich meine, ich weiß nicht. Was muss ihm auf seinem Weg nach Hause passieren. Es könnte sich verholt werden. Ich meine, warum hat er nicht telefoniert? Ich bin immer noch total ratlos. Alone. Es dauerte über sechs Monate. Ich versuchte, zu weitergehen, aber alles war anders. Hannah versuchte, dass ich nicht pretend, dass ich sie umgekehrt sein kann. Let alone schlafen mit ihm. Wir haben ihn nicht wie die anderen. Die Regeln haben verändert. Ich, die in der Attik, habe ich wunderschön geworden. In der Weise, dass es nicht vorher gewesen wäre. Okay, warte mal. Also, sie haben das wohl eine Zeit lang durchgezogen mit dem Tauschen. Dass sie sich, äh, dass sie zusammen auf Dates gegangen sind und dann immer getauscht haben. Und scheinbar hat, äh, hat Hannah dann bei Simon die Regeln geändert und hat es dann irgendwann nicht mehr gemacht. Oder sofort. Ich weiß es gar nicht. Und vielleicht ist Eve deshalb ausgerastet. Ich weiß, ich weiß nicht, wer von den beiden das getan hat, aber Eve hätte schon einen Grund dazu gehabt. Together. Da haben wir noch eins. Nicht Drugs. Ich meine, er trinkt, aber nicht sehr viel. Er geht in den Park und hat eine oder zwei. Manchmal gehen wir zusammen. Er trinkt Wein mit Essen, aber er hat keine Trinkenprobleme. Okay. Hier ist wahrscheinlich Simon, würde ich sagen. Wir hatten eben eine Diane. Sieh mal eine an. Ah, okay. Diane ist scheinbar die Frau von Eric. Und von Eric hat Simon ja seinen Job bekommen. Diane ist wirklich nett. Sie helfen mit den Gläziers, organisiert die Weihnachten, das so etwas. Sie haben zwei Kinder. Sie sind wirklich süßig. Sie hat mich für mich da, wenn ich da war. Okay. Ich meine, nicht wirklich. Er würde gehen zu den Pub. Er hat seine Brinken-Budden da, aber niemand wirklich kamen nach dem Haus. Sometimes Eric, his boss, and his wife would come in for dinner, but that would be us returning the favour. Diane is a really good cook, into her trendy ingredients. And the last time Simon cooked something off MasterChef, he got the recipe off CFAX, and I did my Lloyd Grossman bit, commenting from the sidelines. I had to find Fennel from the supermarket. Have you ever eaten Fennel? I don't know what Fennel is. Have you ever eaten Fennel? I don't know what Fennel is. Are Simon and Eric arguing? No. I can't imagine if they're arguing, and they get on so well. Unless it was something to do with work, maybe Simon was being too much of a perfectionist. I don't know. I don't know. Perfectionist. Schreibe ich mir auch mal auf. Meine Liste wird immer länger. Das ist echt unglaublich. Ich will hier noch so viele Fragen reinschreiben. Fragen ist gut, Begriffe. So, wo waren wir? Together hatten wir auch. Diane hatten wir. Holiday. Holiday. Nope. Not. Dann hatten wir Eric. Da haben wir neues. Was hat die da an Eis? He was wearing a shirt. A blue turtleneck shirt. And jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric. Oh. He had his coat. A long grey duffel coat. Black paint. There. He would have taken that with him. It's not in the house. Okay. The order of Eric will come. Yes. There's a car that we share. A cavalier. And a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, apart from the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. Hmm. Yes. That would be in his wallet. It's a visa. A silver one. It's a visa. A silver one. He doesn't like to spend money. He doesn't have. So. He usually pays with cash. But Eric convinced him to get one. Ah. Die Gedanken kann ich aber. Kann ich nachvollziehen. So. Eric. Hatten wir. Ach. Watch hat dich da. Watch hat dich da schon aufgeschrieben. Und das gucken wir mal. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Watch. Na. Da haben wir aber alle. Scheibenbar. Zumindest sehen wir keine weiteren. Watch dann. Anniversary. Ist irgendwie ein bisschen ungünstig, da ich hier so wenig Platz hab. Haben wir auch nur das eine. Dann Birthday. Birthday. Da haben wir noch. Yes. That's my birthday. Not one of the big ones, but I guess you can see that. Can see what? A week or so ago. It would have been a Saturday before my birthday. You know, I get like that on the weekends, have a lie in, then want to get up and blitz the house. Okay. So, I'm at Glasgow. Ach, come on. So, I got in the car and I drove. Leave. I just kept driving north. I just kept going. I just wanted to get as far away as I could. When I finally stopped, I was all the way up in Glasgow. I was so tired. I just had to sleep. Was war denn da jetzt am Ende? Ich hab mich gerade voll erschrocken. Warum? Was war denn das Ziel dieser Reisen? Was war denn ausgestorben? Warum ist sie denn? Ist sie vor irgendwas geflohen? Oder? Vielleicht vor der ganzen Situation. So. Bin ich gut oder bin ich gut? Neun. Ach, schau mal an. Neun. Können wir gar nicht alle sehen. Ich frag mich, wenn wir das jetzt nochmal eingeben. Bleibt aber dabei. Okay. Was ist hiermit eigentlich? Ach. Ach, das ist das, was wir alles schon eingegeben haben. Okay. Zehn Jahre sind sie verheiratet gewesen. Okay. Nein. Du sprichst auf die falsche Person, wenn du denkst, ich bin so ein Kind. Wenn du denkst, ich bin so ein Kind, der Sex mit all diesen Leuten hätte. Ja, wohl eher Eve, ne? Und ich hab immer noch, ich hab wirklich das Gefühl, als wäre Eve so ihre gespaltene böse Persönlichkeit. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht zu viel hier rein interpretiere und ob sie nicht wirklich einfach in Anführungszeichen nur die Zwillingsschwester ist. Nein. Ich war 15. Karl war älter. 17, glaube ich. Ich war wirklich in ihm. Regardless von wie er eigentlich verhavet. Lots von drunken, teenage Sex. Wir haben das in eine Kirche, einmal. Das ist so stupid. Ja. So er hat uns auszurecht und alles auszuziehen und dann hatte wir sechs Monate nach außen. Es war es so sehr, aber es bringt auch die Einzelbeschuldung, die sich nicht erinnern, wer wirklich wichtig für dich ist. Die Familie. Und deswegen hat sie sich auch so betrogen von Hannah gefühlt, als sie sich dann nur, nur noch in Anführungszeichen Simon zugewandt hat und sie so ein bisschen vernachlässigt hat dadurch. Drunk. Drunken vielleicht? Okay, noch nicht. Sieh mal einer an. Chit-chat? War das schon die ganze Zeit, ja? Was? SB. What's going down there, you're done. SB. No. Okay, I hang... That's when you're ready. Für was ready? Wer ist SB? Simon? Simon? Nee, der ist doch tot. I did. Well, we met when we were 17, both working at the Glaciers. We're going to have one for the Glaciers, but it's only for work. I can't remember the number. It's in the kitchen. I saw it plugged into its charging cradle. Hmm. I don't know. I don't know. Everyone loved Simon. He's a Glacier, but he doesn't have much money. I don't know. I don't know. I don't know. What's going on when I... No, it makes no difference. Okay. Okay. Okay.